Hallo zum nächsten Video der Berufsschule 7. Wir sind nach wie vor beim Thema SQL. Wir haben uns bei den letzten Videos angeguckt, wie wir anhand von Select Statements an einer Tabelle irgendwelche Informationen rausziehen und heute wollen wir das mal mit mehreren Tabellen machen und dafür brauchen wir die Joints. Daten sind in aller Regel verteilt. Gehen wir mal davon aus, wir haben irgendwelche Kunden und diese Kunden wollen irgendwelche Produkte bestellen. Damit sie das tun können, brauchen wir Bestellungen und gehen wir mal davon aus, also eine Kundin bestellt jetzt so eine Bluetooth-Box und der nächste Kunde bestellt jetzt auch diese Bluetooth-Box und dann noch zwei weitere Regalboxen. Und ja, dann bestellt der Kunde vielleicht noch was, der ist sehr zufrieden mit der Bluetooth-Box und bestellt dann quasi noch mal eine. Ja, insofern haben wir jetzt schon mal die Konstellation, die wir jetzt in Daten innerhalb von Tabellen abbilden wollen. Die erste Tabelle ist jetzt die Kundentabelle, wo wir unsere drei Kunden reinpacken und wie wir vielleicht vorhin schon mal gesehen haben, einer von den dreien hat einfach noch nichts bestellt. Der ist halt einfach in der Datenbank, aber hat noch kein Produkt bestellt. Als nächstes haben wir die Bestellungstabelle. Dort sind unsere drei Bestellungen drin und diese Bestellungstabelle ist mit der Kundentabelle verbunden über diese Kunden-ID. Das ist eine 1 zu n Beziehung. Ein Kunde kann mehrere Bestellungen ausführen oder bestellen und eine Bestellung wurde immer von einem Kunden erstellt. Die Produkte sind auch in einer Tabelle. Wir haben drei verschiedene Produkte, also haben wir drei Datensätze in dieser Tabelle. Nachdem wir jetzt hier aber zwischen Bestellung und Produkt eine n zu m Beziehung haben, brauchen wir noch eine Zwischentabelle und die nenne ich jetzt einfach mal Bestellposition. Dort sind jetzt eben die einzelnen Bestellpositionen je Bestellung vorhanden. Diese Bestellposition-Tabelle ist jetzt mit der Bestellungstabelle verbunden. über die Bestell-ID und mit der Produkttabelle über die Produkt-ID. So, jetzt haben wir unsere Datenkonstellation mal verstanden und wollen jetzt mal Informationen aus mehreren Tabellen selektieren. Und dazu machen wir jetzt einfach mal die Tabelle Kunde und Bestellung. Und jetzt gehen wir relativ naiv vor und sagen, wir machen jetzt einfach mal ein Select auf beide Tabellen und gucken, was passiert. Das heißt, ich habe hier Select Stern From und dann Kunde und Bestellung. Jetzt habe ich weiter nichts gesagt. Also ich habe jetzt der Datenbank nicht gesagt, wie diese Tabellen zusammenhängen und schicke das einfach mal ab. Und was jetzt passiert ist, dass wir plötzlich neun Ergebnisdatensätze haben. Und um das zu verstehen, müssen wir jetzt mal Schritt für Schritt vorgehen. Ich habe ja Select Stern gemacht. Also brauche ich oder erhalte ich von der Kundentabelle alle Spalten und von der Bestellungstabelle auch alle Spalten. Und die landen dann im Ergebnisset. So, und jetzt gehen wir auch über die Datensätze und in der Kundentabelle haben wir jetzt die drei Kunden und die landen jetzt natürlich auch in der Ergebnismenge. Jetzt hat die Datenbank ein Problem, weil wir haben der Datenbank ja nicht gesagt, wie die Bestellung und die Kunden zusammenhängen. Natürlich könnte jetzt die Datenbank theoretisch annehmen, dass CAR-ID jeweils zusammenhängt. Nur das wäre eine Annahme. Es gibt zwar den sogenannten Natural Join, aber das ist ehrlich gesagt ein relativ unsauberer Join. Das wollen wir so nicht machen. Wir wollen der Datenbank schon ganz exakt sagen, ob diese IDs zusammenhängen oder nicht. Weil ich hätte ja theoretisch in der Kundentabelle die CAR-ID auch nur ID nennen können und in der Bestellungstabelle die KUNDENID CAR-ID. Und dann hat die Datenbank keine Chance zu wissen, wie das zusammenhängt. So, jetzt muss die Datenbank irgendwie die Bestellungsdaten auf diese drei Kunden zu ordnen. Nachdem die Datenbank jetzt aber keine Präferenz machen kann, nimmt die Datenbank einfach den Datensatz mit der kleinsten Bestell-ID und schreibt ihn zu jedem Kunden. Das heißt, wir haben jetzt diesen Datensatz mit der Bestell-ID 21 verdreifacht. Jetzt kommt nochmal diese drei Kundendaten, weil wir haben ja noch restliche Bestellinformationen, nämlich die ID mit der 31. Die wird drangeschrieben. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal für die 34. Also nochmal alle drei Kunden. Und der letzte Datensatz jetzt eben auch verdreifacht für die drei Kunden. Und das heißt, wir haben jetzt von der linken Tabelle jeden Datensatz mit jedem Datensatz der rechten Tabelle zugeordnet. Nachdem ich aber einfach eine zweidimensionale Ergebnismenge habe, passiert einfach folgendes. Ich habe drei mal drei Ergebnisse, nämlich jede beliebige Kombination. Und das nennen wir Kreuzprodukt oder Cross-Join. Und das ist jetzt nicht wirklich ein sinnvoller Join. Also es gibt vielleicht ein paar sehr skurrile Anwendungsfälle für sowas. Aber eigentlich ist es ein ziemliches Unding. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir jetzt Tabellen mit mehreren hunderttausend Datensätzen haben, kriegen wir 100.000 mal 100.000 Ergebnismengen oder Ergebnisdatensätze. Und das ist ja ein ziemlicher Schwachsinn, weil diese Daten ja nicht wirklich korrekt, sondern einfach komplett zugeordnet wurden. Und wir müssen uns jetzt mal überlegen, welche Datensätze sind denn nun die richtigen? Also welche von diesen neun, also drei mal drei, Ergebnisdaten sind eigentlich die, die wir haben wollen? Und dazu müssen wir uns einfach nur gucken, wo sind die K-IDs der Kunde und Bestellung Tabelle gleich? Das heißt, überall dort, wo diese IDs gleich sind, habe ich eben genau die richtige Zuordnung von Kunde und Bestellung. Das heißt, am Ende des Tages bleiben drei relevante Datensätze übrig, die ich dann haben möchte. Der Peter Kurz hatte ja zwei Bestellungen und die Rita Möhler nur eine und der Hans Lang gar keine und der muss dann entsprechend auch rausfallen. Und die Frage ist, wie kriege ich das jetzt hin? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich bespreche jetzt hier die zwei wichtigsten und ich fange jetzt mal mit der vielleicht offensichtlichsten Variante an. Und indem ich jetzt einfach sage, ich mache jetzt wieder mein Select, Kundenbestellung. Da würde jetzt ja wieder das Kreuzprodukt rauskommen. Aber ich sage jetzt, ich hätte gerne nur die Datensätze, wo die Kunden-ID der Kundentabelle und die Kunden-ID der Bestellungstabelle gleich sind. Also WHERE KUNDE KID gleich Bestellung KID. Und diese Bedingung nennen wir, das ist die JOIN Bedingung. In dieser Oldschool Variante ist diese JOIN Bedingung einfach in der WHERE Bedingung mit eingebaut. Das heißt, wenn ich jetzt noch einen zusätzlichen Filter hätte, wo ich sagen würde, keine Ahnung, Datum muss größer als 10.02.2021 sein, dann müsste ich mit AND noch eine weitere Bedingung unten dranhängen. Auch ein AND bräuchte ich, wenn ich jetzt in dieser Kunden-Tabelle ein Primärschlüssel über zwei Spalten oder mehr Spalten hätte. Hier habe ich ja nur eine, aber man könnte es ja auch über zwei Spalten machen. Dann müsste der Fremdschlüssel in der Bestellungstabelle auch zwei Spalten groß sein. Und dann müsste ich WHERE KUNDE Punkt Primärschlüssel 1 gleich Bestellung Punkt Fremdschlüssel 1 AND KUNDE Punkt Primärschlüssel 2 gleich Bestellung Punkt Fremdschlüssel 2 sein. Aber haben wir jetzt hier nicht. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach nur die die Bedingung, die JOIN Bedingung über ein Feld. Nachdem ich keinen weiteren Filter habe, kann ich jetzt hier ein Semikolon dranhängen und das Statement abschicken. Und dann habe ich hier eben meine drei relevanten Datensätze. Die Reihenfolge bedingt sich jetzt durch die interne Verarbeitung von SQL. Insofern, wenn ich eine klar definierte Reihenfolge haben möchte, müsste ich noch ein ORDER BITE dranhängen. Aber das spare ich mir jetzt hier. Sehen wir uns das SELECT Statement jetzt noch mal genauer an. Also ich habe jetzt hier SELECT Stern FROM meine beiden Tabellen und dann WHERE KUNDE Punkt KID Gleichbestellung Punkt HID. Und das ist ein bisschen umständlich und nervig, wenn ich jetzt zwei Tabellen habe, dass ich immer den Tabellenname Punkt und dann den Spaltname hinschreibe. Also versuchen wir jetzt hier mit einem sogenannten ALIAS zu arbeiten. Das heißt, ich schreibe jetzt hinten einfach K und B hin, einfach weil ich in diesem Statement einfach nur zwei Tabellen und mit K und B bin ich ausreichend exakt. Und ich könnte noch ASK hinschreiben, aber im Regelfall spart man sich dieses AS. Und dieser ALIAS wird dann einfach hier verwendet, indem ich sage K Punkt KID gleich B Punkt KID und spare mir somit Schreibaufwand. Das nächste ist jetzt die andere Syntax Variante für einen JOIN. Und der ist aus meiner Sicht auf jeden Fall der alten Variante vorzuziehen. Und zwar haben wir hier das Schlüsselwort JOIN. Das heißt, die Bestellung, also die Tabelle, die ich hinzu joine, die folgt jetzt nach dem Schlüsselwort JOIN. Und jetzt kommt ein weiteres Schlüsselwort, nämlich ON. Und das ist jetzt die JOIN-Bedingung, die ich hinter diese Zeile JOIN dranhänge. Und somit habe ich jetzt meine JOIN-Bedingung aus dieser WHERE-Klausel rausgeholt. Das heißt, dieses WHERE brauche ich nur noch für eventuelle Filter. In unserem Beispiel haben wir jetzt keine weitere Filterung, also keine weitere Bedingung. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne nur die Bestellung ab einem gewissen Datum haben, dann könnte ich jetzt hier schreiben WHERE Datum oder B Punkt Datum größer als was auch immer. Und das bedeutet jetzt, dass ich eine klare Trennung zwischen meiner JOIN-Bedingung und der Filterbedingung habe. Und deswegen ist auf jeden Fall dieser JOIN mit dem Schlüsselwort JOIN zu bevorzugen. So, wenn ich das Ganze abschicke, dann habe ich wieder meine drei Datensätze. Insofern alles wie erwartet. Ich kann jetzt auch über mehrere Tabellen joinen. Also wir haben jetzt hier unsere JOIN-Bedingung über die Kunde und Bestellung. Das wäre dieser hier. Und jetzt möchte ich gerne weiter joinen zur Bestellposition. Also kann ich jetzt hier einfach den zweiten JOIN dranhängen. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll und üblich, von einer Tabelle, in dem Fall jetzt von der Kundentabelle, auszugehen. Und von dort gehe ich dann entsprechend meines Datenmodells von dieser Tabelle über die Primary Key, Foreign Key Beziehungen zur nächsten Tabelle. Das wäre jetzt in dem Fall die Bestellung. Von dort geht es dann weiter über die Bestellposition. Und bei ON kommt immer genau die Bedingung rein, die für diese Tabelle, die ich jetzt gerade hinzujoine, eben relevant ist. So, und so können wir dann beliebig komplizierte JOIN-Bedingungen über hunderte von Tabellen machen, weil das eben nach Schema F abläuft. Und das ist wiederum eine Sache, die bei dem Oldschool-Join eben noch ein bisschen umständlicher ist. Weil da habe ich dann oben alle Tabellen stehen und unten dann alle JOIN-Bedingungen. Und hier bei dieser Variante mit dem Schlüsselwort JOIN, habe ich immer ganz sauber die neue Tabelle und die dazugehörigen Joins. Und auch hier gilt, wenn ich jetzt zwei Primär-Schlüsselfelder hätte pro Tabelle, dann müsste ich hier nach dem ON mit einem AND die beiden Bedingungen einfach verbinden. So wie in der WHERE-Bedingung auch. So, jetzt führen wir das mal aus und schicken das ab. Und jetzt sehen wir hier, haben wir plötzlich nicht mehr drei Datensätze, sondern sogar vier. Und damit wir das verstehen, müssen wir jetzt nochmal Schritt für Schritt vorgehen. Und zwar, ich habe ja ein Select-Stern. Das heißt mit anderen Worten, ich bekomme von allen Tabellen alle Spalten. So, und jetzt gehen wir mal wieder JOIN-Bedingungen für JOIN-Bedingungen durch. Als allererstes haben wir mal die Kundentabelle. Das sind meine drei Kunden, die würden selektiert werden. Und jetzt kommt der JOIN mit der Bestellungstabelle. Jetzt habe ich aber in der Bestellungstabelle diese Kunden-ID 10 zweimal. Also muss ich genau wie mein Kreuzprodukt jetzt mein Peter Kurz verdoppeln, damit zu jeder Bestellungstabelle eben der zugehörige Kunde eben passt. Jetzt geht's weiter. Der JOIN mit der Bestellposition. Jetzt habe ich schon wieder einen neuen Peter Kurz. Warum? Weil diese Bestell-ID 21 zweimal vorhanden ist. Weil der Peter Kurz hat ja mit einer Bestellung gleich zwei Produkte bestellt. Und dementsprechend muss ich ihn jetzt wieder verdoppeln. Und somit habe ich den Peter Kurz jetzt hier an der Stelle insgesamt dreimal vorhanden. Wenn wir jetzt das Produkt hinzujoinen, sehen wir, dass unser Produkt ID 67 jetzt plötzlich auch dreimal auftaucht. Warum? Weil in der Zuordnungstabelle die Produkt ID 67 auch dreimal vorhanden ist. Also muss dieser Datensatz Mobil Blue für 229 auch dreimal auftauchen. Und daher kommen diese Verdoppelungen dieser einzelnen Datensatzwerte. Was ich aber rausbekomme, das haben wir gerade gesehen, sind nur diese Werte. Das heißt, dieser Hans Lang, der ja keine Bestellung gemacht hat, und dieses Produkt mit der ID 99, was nie bestellt wurde, fliegen raus. Das heißt, nur diese innere Schnittmenge dieser Zuordnung, die wird entsprechend ausgegeben. Und deswegen nennen wir das auch Inner Join. Und unser Schlüsselwort Join ist nichts anderes wie eine Kurzform von dem Begriff Inner Join. Und dementsprechend könnte ich auch direkt Inner Join hier hinschreiben. So, und vielleicht ahnt es der ein oder andere, wenn es einen Inner Join gibt, gibt es vielleicht auch einen Outer Join. Und dazu schauen wir uns uns allererstes mal wieder den Join von der Kunden- und Bestelltabelle exklusiv an. Das Schlüsselwort hierfür heißt jetzt Left Outer Join. Das heißt, ich verjoine jetzt Bestellung und die Kundentabelle mit einem Left Outer Join. In meinem Select Statement kommen zuerst die Kunden und dann die Bestelltabelle. Also ist die Kunde die linke Tabelle und die wird jetzt mit einem sogenannten Outer Join selektiert. Und Outer Join bedeutet nichts anderes als, dass wenn ein Datensatz aus der linken Tabelle beim Left Outer Join keinen Join Partner in der rechten Tabelle findet, wird der Datensatz trotzdem genommen. Das heißt, von der linken Tabelle sehen wir, der Hans Lang wird jetzt auch in die Ergebnismenge übernommen. Die Frage ist jetzt aber, was liefert mir jetzt mein Ausgabefeld, mein Ausgabearray für die Werte Bestell-ID, Datum und Kunden-ID für den Hans Lang, weil der hat ja nichts bestellt. Und ja, die Antwort ist relativ billig. Es wird beim Outer Join Null hier hingeschrieben. Das heißt, der Outer Join holt mir jetzt meine Joins für diejenigen, für die Datensätze, wo ich einen Join Partner finde. Also Rita Müller hat eine Bestellung gemacht und neben Rita Müller wird die Bestellung hingeschrieben. Genau wie beim Inner Join. Gleiches gilt für den Peter Kurz. Allerdings, beim Hans Lang, wo es keine Bestellung gibt, werden eben die Felder von der rechten Tabelle, wo es keinen Partner gibt, keinen Join Partner, mit Null aufgeführt. Wenn ich jetzt aber einen weiteren Join in dieser Konstellation mit einem Inner Join mache, dann kriege ich wieder meine Datenmenge ohne den Hans Lang. Warum? Ich habe zwar hier einen Outer Join, aber hier wieder einen Inner Join. Das heißt, da wird er wieder abgeschnitten. Das heißt, wenn ich diesen Hans Lang nach wie vor an meiner Endergebnismenge behalten möchte, brauche ich hier auch einen Left Outer Join. So, und jetzt wollen wir das Produkt auch noch dazu joinen. Und dann haben wir sämtliche Spalten wieder in unserer Ergebnismenge. Und der Hans Lang ist jetzt eben auch in unserer Ergebnismenge, weil wir hier mit Left Outer Join gearbeitet haben. So, wenn es einen Left Outer Join gibt, gibt es vielleicht auch einen Right Outer Join. Und ja, auch das gibt es. Hier muss ich allerdings nur ganz am Ende Right Outer Join durchführen, weil die Left Join Problematik habe ich hier ja nicht. Also ich joine jetzt die Rita Müller, den Peter Kurz mit seinen Datensätzen, den Hans Lang, den brauche ich ja nicht, weil der hat ja nichts bestellt. Ich möchte ja nur bei der Produkttabelle eben alle Produkte ausgeben. Das heißt, ich kann ruhig die ersten drei Tabellen mit dem Inner Join verjoinen und dann ganz am Schluss mit dem Right Outer dann das Produkt dazu. Und damit habe ich jetzt auch den Right Outer Join. Jetzt gibt es Datenbanksysteme, die auch den Full Outer Join beherrschen. MySQL beherrscht das nicht. Da müsste man dann mit beispielsweise einem Union dann diesen Slim Sound mit der Produkt ID 990 am Schluss nochmal hinzujoinen. Das heißt, ich würde jetzt von links nach rechts mit einem Left Outer Join jemals vorgehen. Und dann am Schluss noch diesen letzten Datensatz von der Produkttabelle noch mit dem Union dazuhängen. Ist nicht die feine englische Art, aber es funktioniert, wenn man sowas überhaupt braucht. Ist eher selten, aber wie gesagt, bei professionellen Datenbanksystemen findet man im Regelfall auch den Full Outer Join. Jetzt gucken wir uns diese ganze Joiner-Reihe mal in Action an. Und zwar, ich würde jetzt gerne pro Kunde die summierten Umsätze haben. Und das ist jetzt bei dieser Joiner-Reihe ganz wichtig. Wir haben relativ häufig so Fragestellungen, wo ich von der einen Seite zur anderen Seite muss. Also ich habe jetzt, also was habe ich? Ich habe jeweils einen Kunden. Was brauche ich? Ich brauche die summierten Preise. Und damit sehe ich jetzt am Datenmodell, aha, ich muss jetzt von der Kundentabelle über diese verschiedenen Beziehungen zu, also über diese Relations zu dem Produkt kommen. So, pro Kunde heißt, ich brauche irgendwann mal ein Group By. Das gucken wir uns gleich an. Und wenn ich summierte Umsatzwerte haben möchte, brauche ich einen Sum. Also hole ich mir jetzt erstmal die Kundeninformationen. Und ich summiere jetzt Preis mal Anzahl. Wir sehen ja, bei der Bestellposition gibt es noch das Feld Anzahl, weil bei der Bestellposition oder die Bestellung mit der Bestell-ID 21, die hat ja für die Produkt-ID 19 die Anzahl 2. Also müssen wir hier den Preis mal Anzahl rechnen. So, und jetzt gehen wir diese Joint-Bedingungen durch. Von Kunde nach Bestellung, dann von Bestellung nach Bestellposition und von Bestellposition zu Produkt. Und ich wollte ja pro Kunde die Information haben. Wir erinnern uns an die Group By-Geschichte. Pro heißt immer Group By, also Group By-Kunde-ID. So, jetzt checke ich das ab und finde, ja, der Peter Kurz hat den Umsatz von 1.156 gemacht und die Rita Müller 229. So, damit wäre ich jetzt eigentlich schon happy. Aber vielleicht möchte ich gerne, dass der Hans Lang mit 0 Euro auftaucht, weil er hat ja 0 Euro Umsatz gemacht. Und ja, er hat aber nichts bestellt, also fliegt immer durch die Inner-Joints raus. Lösung? Na klar, Outer-Joints. Also machen wir das Ganze nochmal. Und jetzt aber mit einem Left-Other-Joint. So wie wir es uns vorhin eben angeguckt haben. Left-Other-Joint über die Bestellung, über die Bestellposition, über das Produkt und unser Group By. So, dann schicken wir das ab. Und sehen, jetzt haben wir hier unsere drei Datensätze drin. Das Blöde an der Geschichte ist jetzt, dass im Betragsfeld jetzt Null rauskommt. Und das kommt ja von diesem Outer-Joint. Das haben wir ja vorhin gesehen, dass die Bestellungs-, Bestellpositionen und vor allem die Produktinformationen für den Hans Lang ja mit Null belegt wurden. Und er summiert jetzt einfach Null und das ist Null. Also brauchen wir hier eine Lösung dafür. Und diese Lösung liegt jetzt in einer ganz praktischen SQL-Funktion und die nennt sich Coalesc. Coalesc funktioniert wie folgt. Coalesc hat jetzt eine beliebige Anzahl an Parametern. In meinem Fall sind es hier zwei. Und die nimmt einfach den nächsten Parameter, wenn der aktuelle Null ist. Das heißt, wenn der erste Wert Null ist, also wenn die Summe Preis mal Anzahl Null ist, dann nimmt er einfach den nächsten. Und den habe ich jetzt auf Null gesetzt. Also würde er für unseren Hans Lang den Wert Null ausgeben. Packen wir mal wieder unsere ganzen Joins rein, group by und schicken das ab. Und da sehen wir, da haben wir unseren Hans Lang jetzt mit Null Euro. Also funktioniert. Schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel für den Outer-Join an. Und zwar hätte ich jetzt gerne gewusst, wer von den Kunden hat jetzt keine Bestellung gemacht. Wir wissen ja, das ist der Hans Lang. Aber wie kriege ich den mit einem Select auf meinen Bildschirm? Und dazu mache ich jetzt einfach folgendes. Ich mache jetzt ein Left Outer-Join zwischen Kunden und Bestellung. Und sage jetzt, where Bestellung, Bestell-ID ist Null. Und wir wissen ja, beim Outer-Join ist diese Bestell-ID Null bei genau dem Datensatz, der eben keinen Join-Partner hat. In dem Fall der Hans Lang. Und die Bestell-ID verwende ich deswegen, weil die ist ein Primärschlüssel. Und die wird in der Tabelle Bestellung niemals Null sein. Das heißt, wenn dieses BID tatsächlich Null ist, dann muss es von dem Outer-Join gekommen sein. Noch ein wichtiger Hinweis, wir prüfen Null niemals mit ist gleich, sondern mit ist. Also hier der BID ist Null. Also Null immer Prüfung mit ist oder ist not. Warum? Null ist kein Wert. Null ist einfach ein Zustand. Der Zustand, dass kein Wert existiert. Das bitte merken. Da fallen viele auch gerne mal rein. So, schicken wir das Ganze ab. Und dann sehen wir, aha, der Hans Lang kommt hier raus. Der hat keine Bestellung gemacht. Und dementsprechend purzelt er raus. Das ist nicht der einzige Weg, wie man sowas feststellen kann. Das Ganze würde auch über ein Subselect gehen. Das wird das nächste Video sein. Da schauen wir uns dann die Unterabfragen an. Aber das ist doch eher so der aus meiner Sicht sinnvollste Weg, das über ein Outer-Join zu machen. So, das war es jetzt zum Thema Join. Man könnte jetzt noch ein paar Sachen zusätzlich zum Thema Join sagen. Beispielsweise, was ist ein Natural-Join? Wie funktioniert das mit dem Using? Aber das sind alles so Sonderlocken, die aus meiner Sicht nicht wirklich sinnvoll sind. Ich empfehle einfach, den Join mit dem Schlüsselbord-Join und dem On zu machen. Explizit die Join-Bedingungen dort reinzuschreiben. Und dann haben wir einfach ein sauberes Statement. Und wie wir gesehen haben, ist das alles kein Hexenwerk, sondern eigentlich relativ easy zu verstehen. Denn wichtig ist, dass man den Überblick nicht verliert, sprich immer am Datenmodell sich entlanghangelt für seine Join-Bedingungen. Immer sauber die hinzugejointe Tabelle mit der zugehörigen Join-Bedingung hinschreiben. Und ja, dann ist das eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Bei Left- und Right-Outer-Join helfen meistens so kleine Zeichnungen, ähnlich wie ich es hier gemacht habe. Und dann wird es auch jeder hinkriegen. Insofern vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.